Robben prescht da vorbei, diesmal auch Radwestermann, in der Mitte Klose und den will er selber machen und er macht ihn, und er macht ihn, Robben bringt die Bayern in Führung, 112. Minute in der Verlängerung. Ich habe es gesagt, wenn hier ein spielentscheidender Moment hineinkommt, dann durch eine Einzelaktion.